Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und das hier ist der Daily Vlog. V für Vlog, könnte man sagen. So, quasi geht's heute zum dritten Mal, oh, zum dritten Mal um Quantum Break. Wer hätte das gedacht? Ich jetzt eigentlich nicht. Und warum schält das Handy die ganze Zeit, während ich hier aufnehmen will? Unverschämtheit. Aber in der Tat hat es das Spiel ganz einfach verdient, dass man nochmal darüber redet. Und zwar, ein großer Knackpunkt des Spiels ist wohl vermutlich die Portionierung zu Windows 10. Da liest man momentan nicht allzu sonderlich Gutes drüber. Das soll halt Performance-Probleme haben und ungeahnte Frameraten-Einbrüche. Also eher so dieses Wort, was immer wieder so über den Tisch wabbert, ist halt schlechter Konsolen-Port. Wenn es denn so sein sollte, beziehungsweise auch diese Firmenpolitik von Microsoft, dass das Spiel für 70 Euro vertrieben wird und nur im Microsoft-Store, was ungewöhnlich teuer ist für ein PC-Triple-A-Titel-Spiel, wie auch immer. Also wenn wir auf Amazon gucken, Division kostet aktuell auf Amazon als Key 45 Euro. Also nicht in einem Key-Seller-Store oder so, sondern 45 Euro offiziell auf Amazon. Für 49 Euro kriegst du das Ding sogar zugeschickt mit CD. Dagegen dann Quantum Break als reiner digitaler Download mit 69 Euro. Natürlich echt ganz schön happig und das bei einer Spielzeit, die so zwischen 8 und maximal 10 Stunden liegen soll. Wie ich mich kenne, werde ich trotzdem 16 dafür brauchen. Warum auch immer. Ich brauche ja immer ganz klar ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz, ich erwarte oder ich verstehe nicht, warum es keinen Shitstorm gibt. Das verstehe ich absolut nicht. Ubisoft wäre in Brunnen und Boden gehaten und geschlagen worden. Ich spreche noch nicht mal mehr ordentliche Sätze, oder? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Probleme oder dieser Marketing-Strategie von Microsoft, um Windows 10 noch mehr zu pushen und solche Geschichten, muss ich ganz einfach sagen. Oh mein Gott! Das Spiel ist so toll! Das Spiel ist so awesome, motherfucking toll! Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und ich hätte es fast nicht gespielt, weil ich mich selber so über die PC-Version geärgert habe. Und jetzt ist es so toll! Es ist wirklich so toll! Dieser Vlog ist nicht bezahlt! Es ist einfach toll! Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist so ein typisches Remedy-Spiel und es erinnert mich auch richtig schön an Alan Wake. Und es gibt auch so Momente, wo wirklich Elemente von Alan Wake in Quantum Break auftauchen, was mich dann als Alan Wake-Fan wieder sehr, sehr freut. Es ist so dieses ganz Typische. Es ist ein ganz reiner Singleplayer. Also keine Anleihen an Multiplayer, Koop, Online-Anbindung, bla bla bla. Ein reiner schöner Singleplayer, wo es nur darum geht, eine Geschichte zu erleben. Und das macht genau das Spiel perfekt. Das Spiel bietet sehr, sehr viel Story, sehr, sehr viel Handlung, sehr, sehr viel Atmosphäre. Und dazu noch eine integrierte TV-Serie, würde man das so sagen. Also mit echten Real-Life-Schauspielern. Aber im Gegensatz zu dem Modell von EA Need for Speed ist es nicht immer so in Bruchstücken eingearbeitet, was ich vielleicht auch nicht schlecht gefunden hätte. Sondern nachdem du Akt 1 durchgespielt hast, kommt wahrlich ein über 20 Minuten langer Part wie so ein Serienabschnitt. Also ich habe euch das schon hochgeladen. Das wird heute Abend vermutlich noch online gehen. Das kommt zwischen Akt 1 und Akt 2. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen laufen nebenbei. Wenn ihr das nicht sehen wollt, nicht gespoilert werden sollt, haltet halt hier die Hand aufs Handy, wo das läuft. Ja, ich erzähle euch mal, was da so passiert und so. Und dann geht es gleich irgendwann los. Man könnte dem Spiel vorwerfen, dass es gameplaytechnisch, also vom reinen Spielen, vom reinen Steuern des Spiels, nicht das Grandioseste ist. Ja, dafür, dass es Anleihen bei einem Deckungsshooter nimmt, geht der Typ gar nicht wirklich in Deckung. Also gerade wenn wir jetzt nochmal Division dagegen aufrufen oder auch in Gears of War so als Mutter aller Deckungsshooter, muss ich ganz sagen, wenn der Hauptheld von Quantum Break in Deckung geht, fühlt sich das nicht an wie in Deckung gehen. Sondern er taucht mal unter, mal nicht und so. Aber so diese Features, die sie eingebaut haben, es geht ja darum, dass man die Zeit manipulieren kann. Also das wirkt alles so ein bisschen so Matrix-Style-mäßig. Ihr könnt so zeitweise die Zeit einfrieren, so eine Art Schutzschild machen, sich nach vorne beamen und solche Geschichten. Das ist wirklich, sind sehr, sehr schöne Gameplay-Elemente. Es wirkt nicht 100% rund. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil du so sehr gefangen bist in dieser Geschichte, die dich immer vorantreibt. Und wenn man, das muss man auch mögen, ich sag jetzt mal, man muss das auch mögen, dass man viel Zwischensequenzen guckt, dass man viel Story erlebt und so. Also es ist jetzt der krasse Gegensatz zu Division, wo du überhaupt keine Story erlegst, überhaupt keine Zwischensequenzen quasi hast, bis auf so Bruchstücke. Lebt das Spiel hier, dass du von Zwischensequenz zu Zwischensequenz gehst und dann kommen hier einfach noch so 20, 25 Minuten reines Videomaterial mit bekannten, professionellen Schauspielern, die ihr vielleicht auch aus der einen oder anderen Netflix-Serie kennen könntet. Und es ist wirklich großartig. Ich muss jetzt so sagen, das fühlt sich jetzt beispielsweise auch nicht an wie so ein Dark Souls oder so, wo du kämpfen musst, wo das Spiel selber eine Herausforderung ist, wo es darum geht, deinen Skill, deine Fähigkeiten, deine Taktiken zu testen. Nee, es ist mehr ein Erlebnis. Du erlebst eine Geschichte rund um Manipulation von Zeit. Ich will das nicht so sehr spoilern, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, ich kann euch echt nur empfehlen, zieht euch mal so die ersten drei Folgen, würde ich doch sagen, zieht euch mal die ersten drei Folgen wenigstens vom Let's Play rein. Und wenn ihr dann so sagt, boah, bam, dann kann ich sagen, es wird noch immer und immer besser. Ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt. Ich habe quasi so sechs bis acht, nee, sagen wir mal eher acht bis zehn Videos habe ich momentan aufgenommen. Die ersten sind ja schon online. Heute Abend gibt es noch eins online. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Ich wollte einfach nur nochmal eine Lanze für das Spiel brechen, weil ich momentan, wenn ich was lese auf Facebook, es dann immer so ein bisschen umgeht, so von wegen so, ja, scheiß Spiel, nur für Win 10. Ich will nicht Spionage Windows auf meinem Rechner haben und so. Das ist alles gut und richtig. Oder nicht richtig, aber das ist alles gut und schön, sage ich jetzt mal, wenn jemand so eine Meinung hat und so diese Verkaufspolitik anprangern will, dann ist das alles okay. Aber das Spiel selber hat es irgendwie nicht verdient, gehatet zu werden. Und ich selber habe es im Vorfeld auch gehatet. Also dieses, wo ist die PC-Version, geht mir das auf den Sarg, warum ist kein Vorbestellen da und so. Ich muss aber sagen, dass das Spiel selber sich extrem gut anfühlt, dass ich das gerade mega feiere, dass ich mich einfach morgens darauf freue, es weiterspielen zu können. Also gestern Abend konnte ich zum Beispiel innerhalb meines Let's Plays nicht sofort diese Web-TV-Serie, die einen Download von 75, 80 GB, ich glaube, waren 75 GB, hat. Das war gestern Abend auf dem Xbox-Marktplatz nicht zur Verfügung. Da gab es so einen Fehlercode und dann nachts, irgendwann ging es so um 11 und um 12 und dann konnte ich das runterladen. Und ich bin heute Morgen um 7 aufgestanden und ich schwöre, ich habe um 10 nach 7 hier gesessen und habe diese ersten 20, 25 Minuten von der Serie geguckt und ich habe gedacht, wie geil, warum muss ich jetzt arbeiten gehen? Ich will nicht arbeiten gehen und ja, ich wollte nur mal sagen, ich habe sehr viel Spaß gerade am Quantum Break. Wenn ihr Bock drauf habt, zieht euch das noch ein bisschen rein und andere Themen gibt es dann vielleicht morgen. Bis zum nächsten Mal, haut rein!